Eine Gruppe neu aus Hessen, demnächst in den Charts, heute bei uns, die Rottkau-Monotons, die Hessekomme! Vielen Wochen schon, ne schaurig schöne Invasion! Erbarmen, zu spät, die Hessekomme! Erbarmen, zu spät, die Hessekomme! München steht in Sets, October 1st with everyone. Hamburg-Seller-Stand versinkt, wenn der Fischmarkt erst nach Handkistik. Die ganze West-Berliner-Sien gibt sich kaum mit Rüppchen hin und sogar das Ruhrgebiet. Kaul-Hadel-Kobe-Stadt vom Dreh. Erbarmen, zu spät, die Hessekomme! Erbarmen, zu spät, die Hessekomme! Bei Break, das zu gefährlich ist, gibt's Electric Battle und Gummi-Twits. Schneller noch als Girl is Blue, babbelt Liebe in ihrer Show. Discos geben nichts mehr her, denn Heavy-Schunkeln bringt viel mehr. Was ist das größte Scratch-Arts? Gegen das Grausch in der Klappe ganz. Da packt euch das kalte Grausen. Unser David Bowie heißt ein Schenk. Hallo, ihr Kultur-Banausen. Seht die Sache einfach nicht so eng. Wir erbarmen, zu spät, die Hessekomme! Erbarmen, zu spät, die Hessekomme! Hier, was machst du denn mit meinem Platte-Spielen? Kaputt! Guck mal, exakt! Hast du mal ein Maggut, der Kippt-Deck? Ah, da muss ich mal gucken, ach, da guck doch in der Tasch. Ich glaub, du bist ja überhaupt nicht, Hippt-Deck. Muss ich bitte sagen, ah, du hippie, oh! Hör mal da oben mit dem Bekloppte, das ist doch alles nur nett. Ist doch billig und lasch, was? Da hast du so da, Kippt-Deck, komm, mach dich in der Tee schwer an. Was hat denn da der Papa da? Der hatte Flasch, Kappa da, der Papa. Wo hat dann der Papa die Flasch? Der Papa hatte Kappa in der Tasch. Wunderbar, was hat denn da der Papa da? Der hatte Flasch, Kappa da, der Papa. Wo hat dann der Papa die Flasch? Der Papa hat ne Kappa in der Tasch. Und ne 1 und ne 2 und ne Apple-Brile. Und ne 3 und ne 4 schmeckt besser wie Bier. Und ne hip und ne haf und ne scharpe in der Kaff. Und ne 5 und ne 6, dann lacht die Gummihacks. Und ne 6, dann schaff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017